Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking-Video. Ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten, ich glaube es waren zwei Monate, Woche für Woche alle The Fast and the Furious Filme besprochen. Außer Teil 10, weil da gab es ja erst vor kurzem mal ein Review und ich habe den Film jetzt auch nicht komplett hier und ich will nicht mehr. Es reicht. Ich habe jetzt alle Teile dieses Jahr besprochen. Und jetzt wird es Zeit für ein Ranking-Video, weil nachdem man sie wirklich alle nochmal gesehen hat und frisch im Kopf hat, machen die Ranking-Videos am meisten Sinn. Und ich habe einiges zu sagen, deswegen ohne weiteres, ja, hier würde es zu Spoilern kommen, was die komplette The Fast and the Furious Reihe angeht. Bist du euch dessen bewusst? Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Das bedeutet, wenn euer Lieblings-Fast-Film zu weit unten auf der Liste steht, gar kein Problem, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr alles ranken würdet und wir können alle, wirklich alle Freunde sein. Und damit wurden fast alle Disclaimer Disclaimed. Bevor wir mit dem Ranking loslegen, ich sag's immer wieder. Irgendwann muss es ein Crossover zwischen Dominic Toretto und Optimus Prime geben. Und das bringt mich zum Sponsor des heutigen Videos, Fanhome. Bei Fanhome könnt ihr euch einzigartige Modellbausätze und Sammelfiguren von beliebten Franchises sichern. Zum Beispiel Star Wars, Marvel oder wie zur Zeit Transformers. Denn jetzt dreht sich alles um den Anführer der Autobots, Optimus Prime. Den legendären Krieger vom Planeten Cybertron könnt ihr jetzt selbst nachbauen und das filmakkurat. Optimus ist 60 Zentimeter groß und besteht aus Metallguss und ABS-Kunststoff. Das Modell hat LEDs in den Augen, die leuchten können und selbst Batterien und seine beliebten Waffen sind Teil des Bausatzes. Also wählt euch den Modellbausatz und bestellt euch ein Abo. Jeden Monat erhaltet ihr dann neben den Bausätzen auch Magazine rund um die Transformers, ihren Ursprung und ihre Kinoabenteuer. Das erste Paket enthält zwei Ausgaben, Bauteile und Magazine. Jede weitere monatliche Lieferung enthält sechs Ausgaben. Wenn ihr noch heute euer Abo abschließt, kommt ein stylischer Autobot-Rucksack mit dazu. Solltet ihr mit PayPal bezahlen, erwartet euch in der zwölften Lieferung noch eine ikonische Optimus Prime Büste. Weitere kostenlose Goodies sind zum Beispiel Transformers T-Shirts, Optimus Prime Schlüsselanhänger, eine Tasse und coole Filmposter. Premium-User können sich auf eine edle Displaybox freuen, in der man seinen Optimus Prime zur Schau stellen kann. Also wenn ihr jetzt heiß drauf seid, selbst in den Besitz von Optimus Prime zu gelangen, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung und bestellt euch euer Abo. Soviel zu Optimus, jetzt geht's los mit dem Ranking. Okay, wir fangen an mit Platz 11 und hier haben wir Fast 9, The Fast Saga. Meine Güte, ich musste echt überlegen, welcher Film der Reihe ist am schlimmsten. Doch es musste Fast 9 sein. Ich weiß gar nicht, wie ich bei diesem Film anfangen soll, was ich sagen soll, weil das ist wirklich der Höhepunkt der Hirnlosigkeit. Was an sich nicht schlimm ist, ich stehe auf Trash, ich stehe auf Edeltrash, ich stehe auf Jason Lives, aber dieser Film nimmt sich so ernst. Und Dominic Toretto und das Ego von Vin Diesel, die lassen einen nicht in Ruhe. Was ist ein Toretto? Toretto kann alles. Und jetzt gibt es noch John Cena und der ist der Bruder, den wir bis dato nie erwähnt haben und der hat eine Secret Army, weil Gründe. Und parallel haben wir dann diese Backstory, die krass geerdet ist. Die spielt einfach noch auf dieser Rennstrecke und ist so ein recht seriöses Drama. Wie gut passt das mit dem, was wir dann sehen in der Gegenwart? Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich meine, die sind mittlerweile Soldaten geworden, die irgendwo im Dschungel gegen wirkliche Armeen antreten können. Und zum Schluss fahren sie mit dem Auto ins Weltall und Lucas Black ist wieder da. Dafür gibt es immer Punkteabzug. Ich kann es nicht anders sagen. Dieser Film ist derartig bescheuert. Ich kann es nicht sagen. Und er hat so viele Charaktere, die alle nur da sind. Ich meine, man bringt sogar Han zurück. Im Trailer haben sie gepackt Justice for Han. Ich so, okay, wieso lebt der? Und es ist tatsächlich der Fall, dass es ein Ratcon eines Ratcons ist. Das habe ich noch nie erlebt. Weil Han starb in Fast and the Furious Tokyo Drift durch einen Autounfall während der Verfolgungsjagd. Dann stellt sich heraus, nein, das war schon immer ein Plan, weil Jason Stathams Charakter ihn umgebracht hat. Jetzt sagt man, nein, er hat Jason Statham benutzt, weil er rekrutiert wurde von Kurt Russell. Und was macht er dann für den Film? Ist er wirklich wichtig für die Handlung? Weil wenn man einen Charakter zurückbringt von den Toten, sollte er irgendwie extrem wichtig sein für die Handlung. Ist er nicht. Er ist einfach nur da und steht halt rum. Und das ist alles. Ich so, the fuck. Und man merkt, dass The Rock dem Franchise echt fehlt. Man merkt auch, dass Jason Statham dem Franchise echt fehlt. Und diese Leichtfüßigkeit, die haben wir jetzt nur noch mit Tyrese und Ludacris und die gehen mir mittlerweile einfach nur noch auf die Nerven. Das heißt, der komplette Charme der Reihe ist weg. Und wenn Dominic Toretto wirklich mit seinen bloßen Händen so eine ganze Infrastruktur einreißen kann oder Menschen einfach Übermenschen geworden sind, die gar nichts mehr stören. Ich meine, man kann sie mittlerweile durch Beton prügeln. Ich weiß nicht, was das soll. Es wäre erneut okay, wenn der Film augenzwinkernd in die Kamera guckt. Das macht er aber nie wirklich. Erst recht nicht mit den Szenen, in denen Vin Diesel zu sehen ist. Denn die nehmen sich am ernsten. Und da muss ich einfach nur lachen. Für mich ist Fast and the Furious 9 einfach eine absolute Katastrophe. Und er dauert halt auch wieder zweieinhalb Stunden. Für mich wirklich der Tiefpunkt der gesamten Reihe. Verdienter elfter Platz. Wir kommen zu Platz 10 und hier haben wir The Fate of the Furious, a.k.a. The Fast and the Furious Teil 8. Okay, im Grunde genommen könnte ich jetzt alles sagen, was ich gerade gesagt habe. Der Film ist so drüber. Der Film nimmt sich so ernst. Gerade in den Vin Diesel-Segmenten. Und wir führen Charlies Derrons Charakter ein, die einfach nur da ist, um zu sagen, Exposition, Exposition. Oh, Toretto, Family, Family. Schicksal oder Hämorrhoiden? Ich weiß es nicht. Und ich, oh Gott, hör bitte auf. Ich dachte, wir hatten einen gelungenen Abschluss für Paul Walker und für die Reihe. Und es geht weiter. Und Elena ist schwanger von dir gewesen. Und wer will das sehen? Wer braucht das denn überhaupt? Das ist wirklich furchtbar. Ich meine, zum Schluss gibt es sogar ein Atom-U-Boot. Und eine Explosion, die Respekt vor Vin Diesel hat. Und aufhört vor ihm zu explodieren, weil es Vin Diesel. Warum steht dieser Film über The Fast and the Furious 9? Aus einem Grund. The Rock und Jason Statham, also Hobbs und Shaw. Wenn die beiden so aufeinandertreffen, ist das tatsächlich unterhaltsam? Die beiden haben tatsächlich eine gute Chemie. Und ich verstehe absolut, dass man gesagt hat, ja, die beiden sollten ein eigenes Franchise kriegen, weil die sind eh in einem anderen Film als Vin Diesel. Das ist nämlich das Ding. Das ist der Film, wo Vin Diesel von der Crew komplett getrennt ist. Für den Großteil des Films. Das heißt, die Aspekte des Films, wo er nicht da ist und wir einfach nur Blödsinn machen, aber wissen, dass es Blödsinn ist, ist es irgendwie auf einem sehr, sehr, sehr bescheuerten Trash-Level unterhaltsam. Aber jedes Mal, wenn wir zu ihm schneiden, nein, nimmt sich der Film so ernst, dass ich mir an den Kopf fasse. Er retconnt natürlich wieder alles. Jason Statham war nie wirklich böse. Ich meine, er rettet jetzt ein Baby und reißt dabei Witze. Und obwohl die Szene irgendwie charmant ist, wenn ich ein Fan der Reihe wäre, wäre ich sauer, wie häufig die Kontinuität gebrochen wird. Ohne Scheiß. Und wir sind jetzt wirklich bei Mission Kack Possible angekommen. Es ist kein guter Film. Nein, es ist sogar ein ziemlich beschissener Film. Aber er ist besser als Fast Nine. Das gebe ich ihm. Ja, und deswegen verdient er 10. Platz. Wir kommen zu Platz 9. Und ich weiß, hier haben wir einen Film, den sehr viele mögen. Das habe ich zumindest in den Kommentaren gelesen. Ich werde nie verstehen, warum Leute diesen Film mögen. Aber okay, Geschmäcker sind unterschiedlich. The Fast and the Furious Tokyo Drift, aka The Fast and the Furious 3. Fairness aber, er ist nicht so drüber. Also es gibt da keine Armeen, es gibt kein Atom-U-Boot, es gibt keine James-Bond-Badguys. Nein, es geht tatsächlich noch im Autorennen. Und damit hat die Reihe mal angefangen. Aber wir haben keinen Charakter der originalen zwei Filme. Nicht Brian O'Connor, nicht Dominic Toretto. Ich weiß, er hat ein Cameo am Ende, aber er kommt nicht wirklich vor am Film. Und Lucas Black ist der langweiligste, uncharismatischste Leading Man, den ich je in dem Franchise gesehen habe. Und ich habe zwar gerade gesagt, der Film ist nicht so unrealistisch, aber ich werde es wieder sagen. Es ist wahrscheinlich das unrealistischste der ganzen Reihe, dass man den mir als Teenager verkaufen möchte. Dad, ich bin immer noch jung. Bitte gib mir Taschengeld und meine Milch für die Schule. Das größte Problem dieses Films ist, dass er mich gelangweilt hat. Weil ich bin nicht wirklich in die Figuren reingekommen. Er war klischeebehaftet, was nicht schlimm ist in einem Autorennenfilm. Aber weil überhaupt kein Drama irgendwie aufkommt mit den Figuren, und was in Teil 1 tatsächlich der Fall war, langweilt der mich. Han ist ganz in Ordnung. Und sonst ist der Film halt da. Der plätschert sofort sich hin. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie selber gemerkt haben, dass der Film in eine Richtung geht, die das Franchise nicht braucht. Weil deswegen sind sie ja ganz hart zurückgerudert und haben dann in Teil 4 den originalen Cast zurückgebracht. Und nur irgendwann später haben sie gesagt, okay, aber The Fast and the Furious Tokyo Drift ist ja trotzdem passiert. Deswegen bauen wir den irgendwie ein in die Kontinuität der späteren Filme. Aber wenn wir ehrlich sind, probieren wir zu tun, als wäre nie geschehen. Und das tun sie. Und das tue ich auch. Weil The Fast and the Furious Tokyo Drift ist für mich einfach langweilig. Ich frage mich, was schlimmer ist. Dieser extreme Mist wie Fast 9 oder Tokyo Drift. Und bei mir ist es schon Fast 9, aber Tokyo Drift ist nach wie vor für mich ein sehr schlechter Film. Wir kommen zu Fast X. Das ist Platz 8 auf meiner Liste. Und Leute denken, wow, der ist über Tokyo Drift und über Fast 8 und über Fast. Nein, hast du Lack gesoffen? Ja und? Nein. Okay. Ich probiere das wirklich zu erklären, weil ich werde es jetzt ganz klar sagen. Das ist ein beschissener Film. Das ist ein fürchterlicher Film. Das ist ein Film, der am Ende des Jahres auf meiner Flop-10-Liste landen wird. Okay? Das heißt, ich mag ihn überhaupt nicht. Ich habe aber selten so krass viel im Kino gelacht, weil er so bescheuert ist, dass es Next Level ist. Und deswegen hat er einen gewissen Unterhaltungswert. Er hat einen Unterhaltungswert wie The Room. Du denkst dir, wow, was ist hier? Wir haben bei dem Film wirklich probiert, Infinity War nachzumachen mit The Fast and the Furious. Wirklich. Es gibt 50.000 Charaktere. Alle kommen zurück. Es gibt diese Supermission und den Superbad Guy gespielt von Jason Momoa. Und ich muss auch sagen, Jason Momoa im Film ist cool. Also es ist das Einzige, was wirklich funktioniert, weil er weiß so krass, in welchem Film er ist. Er hat so einen Spaß mit der Rolle, dass man Spaß hat, ihm dabei zuzuschauen. Aber ansonsten endet die Nummer sogar auf dem Cliffhanger, weil man definitiv Teil 2. Der Film dauert schon zweieinhalb Stunden. Das heißt, wir werden eine 5-Stunden-Saga haben, die irgendwie Roboter hat in einem Super-Secret-Gefängnis, der Laser schießen kann. Gaga dort ist zurück mit einem U-Boot. Ich so, was passiert hier eigentlich? Wisst ihr, wie diese Reihe irgendwann mal angefangen hat? Aber man ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo das Gehirn sagt, bye bye, bye bye Eve. Genieß deine Zeit im Kino, ich bin raus. Und auf eine sehr kaputte Art und Weise hat dieser Film ein Level erreicht an bescheuert sein, dass man das wirklich gesehen haben muss. Und trotzdem ist er scheiße. Aber ich genieße ihn mehr als die anderen Filme auf der Liste. Ich werde ihn nicht nochmal gucken. Aber ich habe ihn mehr genossen, weil es war so albern. Und weil Vin Diesel nicht die ganze Zeit getrennt war von dem Rest der Crew, konnte man halt auch Blödsinn machen und ein bisschen in die Kamera zwinkern. Deswegen, er hat ein bisschen mehr Charme als alle Filme, die ich bis dato genannt habe. Macht es das zu einem guten Film? Nein. Das macht es immer auch zu einem beschissenen Film. Aber zu Platz 8 auf der Liste. Wir kommen zu Platz 7 und wenn meh ein Film wäre, wäre es für mich too fast, too furious. Weil Teil 1 war Point Break mit Autos und man hat gesagt, okay, Vin Diesel ist nicht unser Leading Man. Unser Leading Man ist Paul Walker und wir erzählen seine Geschichte weiter. Und seine Geschichte ist Miami Vice. Es ist wirklich Miami Vice. Es ist ein Abklatsch von einer langen Episode von Miami Vice. Pferdesalber, Tyrese Gibson und Paul Walker haben eine echt gute Chemie. Das muss man denen lassen. Und dieser reine Sommerflair mit allem drum und dran, mit Klischee Bösewicht und diesen Autorennen und Ludacris, der da auch so seine kleine Unterwelt regiert von Autofahrern. Das macht Spaß auf einem dummen Level, aber das ist so ein vergessenswerter Film. Das ist ein Film, der jetzt nicht probiert zu sagen, wir sind so bescheuert, wie nichts, was ihr je gesehen habt. Aber das ist auch so ein Film, der einfach keinen Eindruck hinterlässt. Paul Walker hatte einfach ein unfassbares Charisma. Ich bin auch der Meinung, dass er der Leading Man hätte bleiben sollen für den Rest der Reihe und nicht Windiese. Nichtsdestotrotz, ich vergesse den Film immer schon so einen Tag, nachdem ich ihn gesehen habe. Ich hatte ihn nur einmal gesehen, als er neu im Kino war und jetzt für den Rewatch. Und er hat den gleichen Eindruck hinterlassen. Er ist halt meh. Er ist da. Er stört jetzt nicht wirklich, aber er ist auch nicht wirklich gut. Das ist der Inbegriff von dich gibt's halt. Und deswegen verdient er siebter Platz. Wir kommen zu Platz 6 und hier haben wir The Fast and the Furious 7. Und ja, der Film ist ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite hat er alles, was ich nicht mag an der Fast and the Furious Reihe. Er ist so bescheuert und die Vendie-Szenen nehmen sich zu ernst und ich klinge wie ein kaputter Plattenspieler. Und wir haben halt diesen ganzen Mist, wie zum Beispiel mit dem Auto von Tower zu Tower springen oder mit den Fallschirmen da irgendwie aus dem Flugzeug springen. Es ist ein bisschen sehr verrückt. Es ist recht das Ende da in der City, wo einfach alles explodiert und ich mich wirklich frage, sind wir bei Transformers gelandet? Das ist alles, ja, das ist alles scheiße. Aber der Film hat zwei Sachen, die dafür gesorgt haben, dass ich ihn höher auf der Liste platzieren musste. Das eine ist tatsächlich Deckard Shaw. Jason Statham ist ein geiler Bad Guy im Film. Ich meine, er ist so ein präziser Killer, der dich jagt, der Charisma hat, der tödlich ist und jedes Mal, wenn er zu sehen ist, macht es wirklich Spaß. Ja, die haben ihn dann auch so ein bisschen zu einem Good Guy gemacht, Teil 8. Aber in Teil 7 war er tot in Person und ich fand den wirklich cool als Schurken. Ja, für das Franchise, das wir jetzt halt mittlerweile haben, das sehr bescheuert ist. Nichtsdestotrotz, Jason Statham hat wirklich funktioniert und war erneut eine gute Edition für den Cast. Und ich muss halt darüber reden, der Film wurde Paul Walker gewidmet und wie respektvoll und tatsächlich seriös er Paul Walker verabschiedet, so emotional, davor muss man Respekt haben. Das haben die echt wundervoll gemacht und zum Schluss, so blöd der Film auch ist und das ist er, für 90 Prozent, diese 10 Prozent, die Brian O'Connor gewidmet sind und wie schön das dann auch endet mit dieser letzten Fahrt, ja, die bewegen einen irgendwie und keiner der anderen Filme hat mich irgendwie bewegt. Deswegen musste ich ihn höher platzieren, obwohl er so bescheuert ist. Das ist sehr schwierig, aber ihr wisst ganz genau, dass dieses Ende mit Paul Walker wirklich schön ist und davor muss man Respekt haben. Deswegen für mich verdienter sechster Platz. Wir kommen zum Platz 5. Wir haben einen weiteren bescheuerten Film, aber ich sag's wie es ist. Das ist guter Trash. Hobbs and Shaw. The Fast and the Furious presents Hobbs and Shaw. Okay, Hobbs and Shaw haben funktioniert in Fast 8. Da hat man gesagt, wir geben den beiden ein eigenes Spin-Off und hier erkennt man auch, warum Vin Diesel und The Rock glaube ich nicht miteinander klarkommen. Weil Vin Diesel nimmt es immer noch total ernst, obwohl es so bescheuert ist und The Rock sagt, nee, ich will Spaß haben. Und da mag ich The Rocks Ansatz einfach mehr. Weil wenn man so blöde ist, sollte man das nicht zu ernst nehmen. Und das ist im Grunde genommen so ein trashiger Buddy-Cop-Film, den es genauso gut in den 90s hätte geben können. Und für das, was er ist, ist er ganz okay. Ich meine, The Rock als Hobbs ist halt gar nicht mehr Luke Hobbs. Das ist nicht der Charakter aus Fast Five. Das ist The Rock wie in jedem einzelnen Actionfilm. Aber man kann halt nicht leugnen, dass der Mann unfassbares Charisma hat. Und das hat er in dem Film. Deckard Shaw, Jason Statham, den finde ich noch cooler als The Rock, weil, ja, hier gibt es halt auch tatsächlich cool choreografierte Kampfsequenzen. Und das ist so was, was mir generell fehlt im Fast and the Furious Franchise. Es wird sehr viel mit Schnittgewitter gearbeitet, Shaky Cam. Gerade die Sequenzen hier mit Jason Statham, die machen Spaß. Da sieht man, okay, der macht das gerade selbst. Bei The Rock überraschenderweise ist die Kamera nicht so geil. Ich weiß nicht, ob sie was vertuschen wollen. Vanessa Kirby hat mir richtig gut gefallen. Ich wusste gar nicht, dass sie so selbstironisch auch spielen kann. Sie ist das Gegenteil zu ihrer Performance von Mission Impossible, wo sie eine klassische Farben fatal ist. Hier ist sie auch so tongue-and-chick und es macht sie echt super und sie ist unfassbar charismatisch. Und Idris Elba ist immer gut. Ist er ein Supersoldat, der kybernetisch verändert wurde und gesteuert wird von Dr. Kralle aus Inspector Gadget. Ja, aber wir haben sowieso uns von Logik verabschiedet. Warum nicht all-in gehen und dann darüber lachen, dass wir all-in gehen? Der Film ist immer noch nicht gut. Das ist kein Film, den ich häufiger gucken werde. Aber wenn der so nebenbei läuft, kann man über ein paar Gags lachen, weil tatsächlich die Sprüche, die sich The Rock und Jason Statham an den Kopf schmeißen, die sind teilweise lustig. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen irgendwo verstehe ich, dass Leute den mögen, weil er so doof ist, aber auch so krass weiß, dass er so doof ist. Verdienter fünfter Platz. Hier kommt es zu Platz 4 und hier haben wir The Fast and the Furious 6. Oder wie hieß der Fast 6? Ich werde diese Titel nie auswendig lernen. Das ist zu schwierig. Fast 5 fand ich ja wirklich sehr stark. Und Fast and the Furious 6 ist für mich Fast 5, nur nicht wirklich so gut wie Fast 5. Weil Fast 5 war eine Heist-Nummer und diesmal wird diese Crew das erste Mal rekrutiert von Hobbs, um einen Bad Guy zu schnappen. Und das ist irgendwo lustig. Ich habe die Star Fox-Referenz, glaube ich, in meinem Rewatch genannt, weil wenn die Crew von Dom das Star Fox-Team ist, dann ist die Crew von Luke... Wie heißt der? Luke Evans? Ich glaube schon. Luke Evans. Ist es nicht Luke Evans hier? Gaston? Okay. Dann ist die Crew definitiv das Star-Wolf-Team. Und irgendwie macht es Spaß, dass es eine böse Version von Dom's Crew gibt. Der ganze Plot mit Letty und dass sie ihr Gedächtnis verloren hat, finde ich doof. Ich fand es doof, dass sie ihren Tod generell geradconnt haben, weil der hatte so ein Gewicht in Teil 4 und in Teil 5. Das ist so ein bisschen... Das Drama wird mehr und mehr rausgenommen, wenn Tode nichts mehr zu bedeuten haben in dieser Reihe. Aber die Chemie zwischen Han und Giselle war super. Mir ist auch aufgefallen, dass die beiden und deren Dynamik rausgenommen wurde für die späteren Teile. Hat dem Cast echt geschadet, weil so ganz alleine einfach nur noch Tyrese und Ludacris zu haben und Missandei hier aus... Also Natalie Emanuel ist das aus Game of Thrones. Das zieht nicht. Ich finde, die beiden gehören echt dazu und das hat so einen gewissen Charme gehabt. Auch die Tatsache, dass Vin Diesel und The Rock sich hier noch verstanden haben und auch coole Szenen zusammen hatten. Das hat funktioniert und tatsächlich war Owen Shaw ein ganz cooler Bad Guy. Ich meine, Luke Evans ist ein guter Schauspieler und er rockt diesen Bad Guy Humor. Der Film ist zu drüber, auch für meine Verhältnisse, aber noch nicht drüber genug, dass ich sage, okay, das ist einfach nur noch Scheiße. Deswegen, er ist Fast Five, aber in nicht so gut. Und deswegen kann ich ihn nicht so hoch auf die Liste packen, kann ihn aber auch nicht so krass weit unten auf die Liste packen. Für mich ist das so der Inbegriff von okay und deswegen verdient er Platz 4. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich zu den einzigen drei Teilen der Reihe, die ich wirklich mag. Angefangen mit Platz 3 und das ist The Fast and the Furious. Und The Fast and the Furious hat tatsächlich noch so einen Indie-Stil. Das ist ein kleiner, schmutziger Action-Film, wo sich wirklich alles einfach nur um diese illegale Autofahrerszene dreht. Und ich mag es. Ich mag die Tatsache, dass der Film so wahnsinnig geerdet ist. Wir haben Paul Walker, der Vin Diesel infiltriert und das ist es. Und ich muss sagen, da gibt es einfach sehr viele Parallelen zu Point Break, einem der coolsten Filme ever. Und die Dynamik zwischen den Figuren funktioniert ganz gut. Die Rennsequenzen machen unfassbar viel Spaß. Ich meine, da gab es noch echte Stunts mit den Autos und darum ging es einfach. Und Dominic Toretto war hier tatsächlich ein richtiger Charakter. Und Vin Diesel hat das echt gut gespielt. Es gab Nuancen, es gab Charisma, es gab stoische Momente, aber es war nicht ein Gesichtsausdruck und er ist Glatzkopf-Jesus. Das war nie der Fall im ersten Teil. Das war ein verwundbarer Kerl. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und ich mochte auch diesen Zwiespalt, den Brian O'Connor fühlt. Nach dem Motto, habe ich jetzt Loyalität zu meinen neu gewonnenen Freunden oder zu meinem Job? Und es ist simpel, ohne Frage. Es ist nicht der erste Film, der diese Story erzählt. Es gibt 20.000 Filme, die diese Storys erzählen. Aber ehrlich gesagt, für das, was er ist, erzählt er sie ganz anständig und kompakt. Nur 90 Minuten. Ich mag die letzte Action-Sequenz, wenn sie da diesen LKW überfallen. Das macht wirklich Fun. Und weil es halt noch so geerdet ist, weil es noch nicht so drüber ist, ist die Action wesentlich immersiver. Auch das letzte Autorennen zwischen Dom und Brian. Das macht wirklich Spaß. Deswegen, ich habe ein Herz für den Film. Ich hatte vergessen, wie gut der eigentlich ist. Und das vergisst man, wenn man sieht, in welche Richtung sich die Reihe entwickelt hat. Aber für mich ist das immer noch ein echt guter Film, den man regelmäßig gucken kann. Jetzt nicht andauernd, aber so ein paar Mal, alle paar Jahre, lohnt der sich schon. Für mich verdient da dritter Platz. Do you know each other? Hier kommt zum Platz 2. Das ist eventuell der kontroverseste Eintrag auf dieser Liste, aber ich stehe dazu. Fast and Furious, aka The Fast and the Furious 4. Das ist für mich The Fast and the Furious mit einem höheren Budget. Ich mag diesen Film. Ich mag ihn tatsächlich mehr als Teil 1, weil er ist Teil 1 für mich in Besser. Ich weiß, das ist fast eine Sünde, das zu sagen. Aber ich fühle nun mal so. Weil abgesehen von dieser einen extrem Over-the-top-Sequenz am Anfang, wo Vin Diesel mit seinem Auto unter diesen LKW durchrast, ist er auch relativ geerdet. Er hat Emotionen und er ist komplett charakterfokussiert und er zeigt halt tatsächlich den Pay-Off vom Ende von Teil 1. Brian O'Connor arbeitet jetzt wieder als Ermittler und er hat wirklich coole, slicke Action-Sequenzen, sowohl in Autos als auch abseits von Autos. Hier, wenn Paul Walker diesen einen Bad Guy jagt und durch eine Scheibe springt und ihn sich schnappt, das macht wahnsinnig Spaß. Aber parallel halt auch Vin Diesel der hier wirklich gut ist als Dominic Toretto und leidet, weil er Letty verloren hat und auf eigene Faust untersuchen möchte, was da eigentlich passiert ist. Dann wirft man diese zwei Männer wieder zusammen, wo der eine den anderen ja eigentlich verraten hat und probiert dann aus einer Rivalität tatsächlich eine Freundschaft zu machen. Deswegen, der Film ist zwar simpel gestrickt, aber die Figurenkonstellationen und Dynamiken sind tatsächlich, ich traue mich das kaum zu sagen, sie sind komplexer, als man denkt. Der Score ist toll, Giselle wurde eingeführt, das hat ganz gut funktioniert. Generell, es war gut, den alten Cast zurückzubringen, auch Mia zurückzubringen und die Romanze zwischen ihr und Brian, die ergibt hier wesentlich mehr Sinn, weil er ist wieder da, er hat ihr will getan, aber gleichzeitig vermisst er sie noch. Ich finde, die haben hier dieses Gefühl von Family tatsächlich eingefangen, ohne es alle zwei Sekunden zu sagen. Das hat sich noch angefühlt wie ein Film mit echten Figuren und nicht wie Abziehbildern. Ich mag den überraschend gerne und ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich den gucke, wie viel Spaß der eigentlich macht, weil das ist für mich so ein chilliger Sommerblockbuster, den man einfach genießen kann für das, was er ist und deswegen verdient er zweiter Platz. Und das bringt mich zu Platz 1 und das ist Fast Five. Fast Five ist der erste Teil der Reihe, wo sie gesagt haben, wir verlassen das Genre ein wenig. Wir können jetzt nicht alle zwei Sekunden Autorennfilme machen, wir machen da Heist-Nummer draus, aber Heist funktioniert auch immer noch. Es ist ein bisschen drüber, ja, aber es ist so mit einem krassen Augenzwinkern, dass es Spaß macht, weil das waren ja Diebe, das waren ja Leute, die sich eine goldene Nase damit verdient haben, Kriminelles zu tun und was den Film damals so besonders gemacht hat, war die Tatsache, dass man alle Figuren nimmt aus allen Filmen, also sowohl Tokyo Drift als auch die originale Reihe, als auch Tyrese, als Too Fast to Furious und die erstmals zusammenbringt. Das ist so, ja, ich will den Vergleich eigentlich nicht ziehen, aber ich zähle ihn jetzt. Das ist so ein bisschen wie der erste Avengers. Wir sehen die alle das erste Mal onscreen und lassen sie einfach nur miteinander interagieren. Und diese Figuren haben so krass Charisma und funktionieren so gut zusammen, dass man einfach Spaß mit der Nummer hat. Und The Rock einzuführen als Luke Hobbs, als Gegenspieler, hat meiner Meinung nach wundervoll funktioniert. Der Film hat halt wirklich starke Action, die halt nicht CGI-Gekotze ist. Ob es da diese Szene ist, wo sie die Autos noch am Anfang klauen, die Verfolgungsjagden mit The Rock durch Brasilien, generell, dieser Flair in Brasilien und die Mucke, die sie da spielen, dieses Leichtfüße gemacht Spaß und dass Brian, Mia und Dom tatsächlich eine Familie werden, weil Mia ja auch schwanger ist. Es funktioniert alles gut. Und wenn zum Schluss denen das glückt und sie tatsächlich mit dem Geld entkommen und wir sehen, die leben jetzt ihr Leben in Saus und Braus und haben ihr Happy End, frage ich mich jedes Mal, warum habt ihr danach weitergemacht? Das war ein perfektes Ende für die Reihe. Für mich ist das das wahre Ende der Reihe. Weil es ist der letzte Teil für mich und der beste Teil. Und selten ist der letzte Teil der beste Teil einer Reihe. Aber es sollte ja nicht bei dem Teil bleiben. Weil in meinem Head-Kanon ist es der letzte Teil. Weil es ist doch der letzte Teil, wo sich Vin Diesel anfühlt wie Dominic Toretto. Danach wurde er mehr und mehr und mehr zu dem, worüber ich mich so häufig in den letzten Wochen lustig gemacht habe. Und das ist mein Ranking zu The Fast and the Furious. Jetzt frage ich euch, wie würdet ihr all diese Filme ranken? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sein Vielen Dank.